Das Schicksal Wir sind immer zum grössten Gemälde, das wir je sahen und die Welt zu unserer Universität. Denn wir lernen täglich Neues, sind täglich herausgefordert. Nach fast drei Jahren im Bus würden wir dieses Leben gegen nichts anderes mehr eintauschen wollen. Weil seither jeder Tag der Beste unseres Lebens ist. Also fast. óriyim innen 1 2 4 4 1 8 Vielen Dank.